Ausflug heute im Benjamin Crocker Nationalpark. Auf 1500 Meter Höhe sind wir jetzt hier ungefähr. Mitten im Bergregenwald. 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 Bäh! Bäh! Lella! Na, Lella? Warte, Maika. Ich muss erst mal zu dir wiederkommen. Gäh! Mue auf der einen Tre indulge Gan, Bis zum nächsten Mal. 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 Ganz schön wackelig hier. Ja, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter.